Dungeons & English Willst du deinen Satz sagen, Auen? Frohes Neues und herzlich Willkommen in 2024 bei Dungeons & English. War das der Satz? Happy New Year. Nein, ich meinte eigentlich, wer zum Fickspiel in Scheiß-Loxiton. Das habe ich nicht ganz so gesagt. Maria, wir machen vor unserer Aufnahme ganz oft so ein bisschen Diskussion, welche Folgen wir als nächstes wie, wo, wann planen. Und da ging es unter anderem darum, welche Völker wir noch offen haben. Aufnehmen, ja. Ich wünsche euch auch ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Ich bin schon wieder voll drin, muss ich sagen. 2024, ich bin schon voll eingetaucht. Es passiert mir nicht mal mehr, dass ich beim Unterschreiben aus Versehen eine 3 statt einer 4 schreibe. Ist mir bis jetzt auch noch nicht passiert. Hm. Gut. Gut. Wollen wir direkt rein starten? Ich habe gar nicht so viel vorgeplänkelt diesmal. Wir starten direkt rein. Wir halten dieses Jahr die Leute nicht so viel mit unserem Quatsch auf. Gut. Ich freue mich schon total auf 2024. Denn es kommen einen Haufen spannende Themen auf uns zu. Und diese Folge hier wird der Einstieg für eine Reihe von Folgen, die eigentlich schon sehr, sehr lange geplant ist. Nämlich eine sehr oft angeverragte Thematik. Riesen. Letztes Jahr kam ja auch Bigby Presents Glory of the Giants. Deswegen war es an sich auch eine ganz gute Idee, dass wir jetzt so lange gewartet haben mit dieser Folge. Aber es ist halt auch ein wirklich großes Thema, wo ich mir Zeit nehmen wollte, das mal im Detail zu analysieren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein großes Thema. Weißt du, eine gewaltige Angelegenheit. Riesen sind halt nicht nur groß in der Größe, sondern auch in ihrer Bedeutung in der Welt von D&D. Und bevor ich mal loslege, was ist eigentlich deine Lieblingsriesenart, Marie? Meine Lieblingsriesenart? Ich würde sagen, meine Lieblingsriesenart sind Wolkenriesen, weil ich es cool finde, dass die auf Wolken rumfliegen können. Ich kann dir auch meine am wenigst liebste Riesenart sagen. Das sind Eisriesen. Das liegt aber nur daran, dass ein Charakter von mir mal mit einem Ambuss von einem Eisriesen ausgenockt wird. Also ich muss dich jetzt aufklären. Ich habe diese Überleitung nur deswegen benutzt, damit ich sagen kann, ich mag Frostriesen, weil die so cool sind. Okay. Wow. Schön, oder? Das war super. Aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie du von dem Ambuss getroffen wurdest. Ja, ich mich auch. Vor allem, ich habe dem gar nichts getan. Ja, jedenfalls heute mal allgemeine Folge über Riesen als Ganzes. Und dann wollen wir im Detail in späteren Folgen über die einzelnen Riesen reden und das Drumherum. Also das Riesenpantheon, das alte Riesenkönigreich. Ich schneide ich heute alles so ein bisschen an, aber da geht es noch nicht im Detail drum. Riesen gibt es in D&D, jedenfalls in allen möglichen Formen und Farben. Von den klassischen Hügelriesen bis zu den mystischen Sturmriesen. Und das liegt auch daran, dass Riesen auch in der echten Welt einfach ein extrem beliebter Mythos sind, der in allen Kulturen existiert hat. Also sei es das alte Ägypten, sei es das europäische Mittelalter, sei es die japanische Sengoku-Zeit, überall kommen Riesen vor. Es gab da mal so einen Film mit Jack Black, der hieß Gullivers Reisen. Und da ist er irgendwie, also er war der Typ, der hieß Gulliver und er ist einmal bei so Mini-Leuten gelandet. Und dann war er der Riese und dann ist er bei Riesen gelandet und war ein Mini-Mensch. Es ist halt allgemein einfach ein interessantes Stereotyp, über das man gut Geschichten erzählen kann, wenn die Körpergröße nicht zueinander passt. Das sieht man bei Peter Pan und Tinkerbell, seiner kleinen Elfe. Und das sieht man bei Menschen und Riesen andersrum natürlich auch so. Und ich finde D&D macht es ganz cool, denn was viele nicht wissen, ist, dass Riesen in D&D eine ziemlich komplexe Gesellschaftsstruktur haben. Und wirklich komplexe Völker mit einer sehr, sehr umfangreichen Geschichte sind und sehr, sehr viel Lore dazu. Redest du gerade etwa von der Ordnung? Die Ordnung, ja. Reden wir auch ganz, ganz detailliert noch drüber. Jedenfalls, das Ganze geht viel weiter über dieses Ich-bin-groß-und-mach-Sachen-kaputt hinaus. Jede einzelne Riesenart hat ihre eigene Kultur, ihre eigenen Traditionen und zum Teil sogar ihre eigene Magie. Und Marie hat es gerade angeschnitten, die Ordnung. Ja, auf Riesisch die Ordnung. Das ist sozusagen die soziale Leiter, die bestimmt, welcher Riese wo in der Riesengesellschaft steht. Das ist so ein bisschen wie so ein Kastensystem. Ja, auf jeden Fall. Und diese Ordnung, die steht auch ganz oft im Mittelpunkt, wenn es um die Riesengeschichten geht. Die ist für Riesen essentiell und die führt dann auch zu den ganzen interessanten Dynamiken. Nicht nur unter den Riesen selber, sondern auch in Bezug auf Spielercharaktere. Und da Riesen in der Regel keine schwachen Wesen sind, sondern die haben einen gewissen Herausforderungsgrad, ist es auch ganz oft so, dass so ein Zusammentreffen mit einem Riesen eine Kampagne wirklich in eine neue Richtung lenken kann. Und es gibt auch einige offizielle Kampagnen, wo Riesen wichtige Rollen spielen. Also am bekanntesten ist wahrscheinlich Sturmkönigs Donner. Da spielen Mario und ich mit unserer Gruppe zur Zeit auch. Deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen, keine Spoiler. Gibt es für uns allgemein nicht, wenn es nicht sein muss. Aber ich würde sagen, ganz von vorn. Ich habe jetzt eigentlich schon sehr viel Wissen vorausgesetzt. Ich starte jetzt mal bei Null. Null. Riesen sind humanoide Wesen mit einer herausragend großen Statur. Das ist die Kurzdefinition. Die gelten als Humanoids? Nee. Also sie sind in D&D klassifiziert als Giants. Aber ich sage, sie haben humanoide Statur. Also alles, was groß ist und humanoid, ist im Endeffekt ein Riese. Frage. Hagrid ist ja ein Halbriese in Harry Potter. Ist es in D&D auch möglich, dass sich Riesen und Menschen mischen? Zum Teil ja. Also es gibt ja auch diverse Riesenuntervölker, die auch als Halbriesen gelten. Okay. Gut. Jetzt darfst du anfangen. Entschuldige. Wie viele andere humanoide Völker in D&D funktionieren Riesen an sich erstmal relativ ähnlich zu Menschen. Zumindest biologisch. Nur halt in anderen Maßstäben. Riesen sind größer. Sie haben bessere Sinne. Sie können besser riechen, besser sehen, besser hören. Und zwar deutlich. Ungefähr doppelt so gut, sagt man. Viele von denen sind immun gegen Krankheiten oder resistent gegen Gift. Und auch die ganzen anderen biologischen Rezepte, die haben einfach ein bisschen eine ausgeweitete Spanne. Also zum Beispiel eine Riesenschwangerschaft, die geht so 9 bis 15 Monate. Und ein Riese gilt in der Regel erwachsen, wenn er so ungefähr 50 Jahre alt wird. Alle Riesenarten legen sehr, sehr großen Wert auf Abstammung. Wenn zwei Riesen sich treffen, dann stellen die sich auch ganz oft erstmal gegenseitig ihre Abstammung vor. Ich bin Aaron, Sohn von Martin, Sohn von Friedrich, Sohn von bla 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 und so weiter. Und es hat tatsächlich einen Grund, denn im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Völkern, die sich in D&D so rumtreiben, wissen die Riesen, wo sie herkommen und sie stammen direkt von ihren Göttern ab und können das zum größten Teil auch noch genau, exakt nachvollziehen. Nachvollziehen. Der oberste Gott der Riesen ist Anam Allvater und er ist gleichzeitig auch der Vorfahre aller Riesen. Und je verwandter du mit ihm bist, desto höher ist deine Stellung und desto mehr Macht liegt in deinem Blut. Die direkten Nachkommen von Anam und die Nachkommen seiner Nachkommen waren zum Beispiel noch unsterblich. Aber je weiter sich die Generationen von Anam wegbewegen, desto sterblicher wurden die Riesen und desto schwächer wurden sie auch. Heute im 15. Jahrhundert thalisischer Zeitrechnung, also so 5, 6, 7, vielleicht 8 Generationen entfernt von Anam Allvater, werden die meisten Riesen noch so 300 bis 400 Jahre alt. Es gibt aber durchaus ältere Riesen, die viel älter sind, also weit über 1000, weil die halt noch früher geboren wurden. Also ist es für dich eigentlich umso besser, umso früher du geboren wurdest. Genau. Weil umso wenige Generationen stehen zwischen dir und dem Allvater. Ja. Und man muss dazu sagen, die Quellen sind sich da auch nicht so ganz einig. Manche Bücher sagen zum Beispiel, dass Steinriesen und Sturmriesen nochmal deutlich länger leben, ein paar Jahrhunderte. Das könnte aber dann auch heißen, dass mein Uropa mir beim Sterben zusehen kann und selber noch fit ist. Ja, also sehr, sehr viele Riesengenerationen leben auch noch. Die wenigsten Riesen sterben aber wirklich irgendwie an fortgeschrittenem Alter, denn sie waren im Laufe ihrer Geschichte ins einige Kriege verwickelt. Unter anderem in den über 1000 Jahre andauernden Krieg gegen das Volk der Drachen. Deswegen können sich Riesen und Drachen auch heute nach wie vor nicht besonders gut ausstehen. Ich habe mal eine Frage nochmal. Mein Uru-Opa bekommt, weil er noch so jung, also mein Uru-Opa ist schon 200 Jahre alt, aber er ist eigentlich noch immer ziemlich jung, weil, keine Ahnung, er ist näher am Allvater dran. Der kriegt nochmal ein Kind, das jünger ist als ich. Dadurch könnte es ja sein, dass mein Ur-Großonkel älter wird als ich, obwohl er jünger ist als ich. Ja, das kann passieren. Und passiert wahrscheinlich auch oft genug. Das ist ja voll schmerzhaft. Die Riesen, die haben nämlich... Das ist doch wirklich traurig. ...sehr oft auch sehr, sehr große Familien mit sehr, sehr vielen Brüdern und Schwestern und dementsprechend natürlich auch Onkeln und Tanten. Und Familie ist da eine sehr, sehr wichtige Sache. Und wenn du viele, viele Kinder hast, dann passiert es natürlich auch öfter, dass sich diese Familien verzweigen und da diverse Verwandte von dir dann noch am Leben sind. Das ist echt traurig. Ja, okay. Gut. Erzähl weiter. Dieses ursprüngliche Königreich, das ich jetzt schon öfter angeschnitten habe, das hat den Namen Ostoria getragen. Das wurde von Annam, Allvater, mehr oder weniger regiert, zusammen mit seiner Ehefrau und seinen Kindern. Und es ist ein bisschen umstritten, wann genau das war, aber es war ungefähr vor 30.000 Jahren. So eher vielleicht 31.000 bis 32.000 Jahre, aber so die Größenordnung stimmt sozusagen. Und das Spannendste ist, es gibt sogar noch Enkel von Annam, also direkte Kinder seiner Kinder, die noch am Leben sind. Und manche von denen sind dann Zehntausende Jahre alt, weil 30.000 ist jetzt für ein Kind von einem Gott keine so lange Zeit. Was man auch im Hinterkopf behalten muss, die Riesen, die können in ihrer Lebenszeit durchaus also einiges erreichen, denn die sind intelligent oder sogar sehr intelligent, wie in der Regel mindestens so intelligent wie Menschen. Die einzige Ausnahme sind da die Hügelriesen, denn die Intelligenzspanne von den Riesenarten ist abhängig von der Art. Ich stelle mir vor, du bist so fünfmal so groß wie ein Mensch, aber fünfmal so dumm. Ja, also ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. Die Hügelriesen, die sind halt nicht die hellsten. Und natürlich gibt es da auch von Riese zu Riese Unterschiede. Also ich sage mal, vielleicht so der intelligenteste Hügelriese ist so smart wie ein Mensch. Aber bei Wolkenriesen und Sturmriesen ist es eher die Regel, dass sie deutlich smarter sind als ein Mensch. Wo wir hier von einem Durchschnittswert von zehn reden, ne? Genau, also ich sage mal, der durchschnittliche Mensch hat so neun bis elf Intelligenz. Und wenn ihr mal in die Riesen-Stat-Blogs schaut, und das werden wir uns in den zukünftigen Folgen auch mal anschauen, da werdet ihr feststellen, die liegen dann oft schon etwas über diesem Durchschnitt. Und wenn du jetzt superintelligent bist, eine super strikte Kultur hast und eine sehr, sehr lang zurückreichende Geschichte, kannst du dir vorstellen, dass die Intelligentesten dieser Riesen durchaus in Magie unterrichtet werden und sehr, sehr viel Zeit haben, um Magie zu studieren. Und tatsächlich gehören Riesenmagier zu den einflussreichsten Magiern der Vergessenenreiche. Und sie benutzen auch ihre eigene Art von Magie, die auf Runen basiert. Also Zwerge zum Beispiel benutzen zum Teil auch Runenmagie, aber riesige Runenmagie ist nochmal ihr eigenes Ding. Und diese Riesenrunen, wenn man die auf dem Artefakt findet, dann kann man schon davon ausgehen, dass diesem Artefakt eine gewisse Macht inneliegt. Also ist es dann wie bei The Witcher, dass die irgendwelche Runen auf Objekte zeichnen und dann kann das Schwert dann zum Beispiel Feuerschaden machen? Ja, zum Beispiel. Ja? Okay, cool. Was ganz gerne für Runen benutzt wird, sind meistens aber nicht tragbare Objekte, sondern statische Objekte. Denn die Kraft liegt in der Ewigkeit. Das heißt, am meisten werden Runen benutzt für Häuser oder für Monolithen, Statuen. Throne sind auch ganz gern gesehen. Also wenn du einen Thron von einem Riesen findest, sehr hohe Chance, dass der mit irgendwelchen magischen Runen versehen ist, die demjenigen, der auf dem Thron sitzt, dann besondere Fähigkeiten verleihen. Das heißt nicht, dass es jetzt keine Schwerter mit Riesen Runen gibt, aber das ist eher nicht so der Anwendungsfall dafür. Gut. Was verbindet die Riesen noch? Die Sache, die sie auch voneinander trennt. Und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir ein bisschen detaillierter über die Ordnung reden. Die... Die Ordnung! ...definiert ganz genau, wo welcher Riese in der Hierarchie der Riesen steht. Meistens wird sie... Also auch ganz genau... Entschuldigung. Wenn ich jetzt sage, guten Tag, mein Name ist Marie, Tochter von Nicole, Tochter von Gabriele und so weiter, dann gibt es für mich speziell einen ganz exakten Platz in der Ordnung. Korrekt. Werde ich da aufgeführt? Ja? Echt? Ja. Jeder Riese... So, wir haben so eine lange Liste und dann stehe ich da irgendwie auf so Platz 156? Ja. Okay. Cool. Es ist allerdings so, nicht alle Teile der Ordnung sind fix. Also was fix ist zum Beispiel, ist, dass die Sturmriesen über den Hügelriesen stehen. Das heißt, auch der mächtigste Hügelriese steht unter dem schwächsten Sturmriesen. Aber innerhalb der... Aber ich kann zum Beispiel... Genau. Innerhalb der Riesenarten sind diese Übergänge fließend. Du kannst da durchaus aufsteigen und absteigen. Wir sagen jetzt, mein Papa ist, keine Ahnung, wir sind Hügelriesen. Und mein Papa steht eigentlich über mir, aber dann wird er älter und schwächer und ich trainiere mehr, dann stehe ich plötzlich irgendwann über ihm. Ich bin da einfach baff. Ja, also wovon genau deine Position in der Ordnung abhängt, ist unterschiedlich, je nachdem, von welcher Riesenart wir da reden. Inwiefern willst du das jetzt ausführen oder in den Folgen spezifisch dann? Ich kann es mir mal ganz kurz anschneiden. Also Wolkenriesen ordnen sich nach Reichtum. Der reichste Wolkenriese ist der mit dem höchsten Platz in der Ordnung. Feuerriesen ordnen sich nach ihren handwerklichen Fähigkeiten und nach ihrer Schmiedekunst. Frostriesen nach reiner Körperkraft. Steinriesen in der Regel nach Kunstfertigkeit, aber auch ihrer Geübtheit im Stein werfen. Und unter Hügelriesen hat der am meisten zu sagen, der am größten, am stärksten oder am schwersten ist. Meistens wird die Ordnung verkürzt aufgelistet als in aufsteigender Reihenfolge. Hügelriesen, Bergriesen, Steinriesen, Frostriesen, Feuerriesen, Wolkenriesen, Sturmriesen. Und das ist auch so der relevante Teil der Ordnung. Aber das ist natürlich nicht das ganze Bild. Und die akzeptieren das einfach. Die akzeptieren das auch einfach so, wie es ist. Die meisten Riesen akzeptieren diese Ordnung so, ja. Denn die Ordnung hat auch einen Grund. Es gibt natürlich schon Riesen, die sich da dagegenstellen. Jedenfalls ist es so, diese paar Riesenunterarten, die in der allbekannten Ordnung aufgelistet werden, sind ja nicht alle Riesen, die es gibt. Es gibt da noch diverse weitere Riesen. Es gibt Todesriesen und Meeresriesen und was weiß ich. Eine etwas vollständigere Version der Ordnung taucht in älteren Büchern auf. Da stehen ganz unten die Ogre. Dann kommen allerlei irgendwelche anderen verwandten Riesenvölker. Also Giant Kin nennt man die. Dazu gehören zum Beispiel dann die Fürbolgs, die Zyklopen, die Fomurianer und solches Zeug. Darüber die Ettins, das sind zweiköpfige Ogre. Dann Hügelriesen, Bergriesen, Steinriesen, Frostriesen, Feuerriesen, Nebelriesen, Wolkenriesen, Sturmriesen und ganz oben stehen die Titanen. Und auch das ist jetzt nur noch eine verkürzte Fassung. Es gibt halt einen Grund dafür, dass die oft verkürzt dargestellt wird, weil viele dieser Riesenunterarten einfach nicht so häufig vorkommen. Also die Titanen sind inzwischen mehr oder weniger aus der Welt der Sterblichen fast zurückgetreten. Man findet die nicht mehr. Das sind die mächtigsten der Riesen sozusagen. Und auf der anderen Seite, Zyklopen und Fomurianer spielen halt keine der Hauptrollen in Vergessenenreichen, sondern sind inzwischen einfach Nebendarsteller in der Geschichte geworden. Du hast aber eine ganz, ganz interessante Frage gestellt. Vorher ordnen sich die Riesen da einfach unter, weil sie das wissen? Oder was ist der Grund dafür? Und der Grund dafür ist, dass es mehr oder weniger wirklich eine göttlich auferlegte Hierarchie war ursprünglich. Die ging von Annem Allvater aus. Und zwar, um genau zu sein, entspricht diese Hauptordnung der Geburtsreihenfolge der wichtigsten Söhne von Annem Allvater. Zum Beispiel sein erstgeborener Sohn, das war Stronmaus oder Stronmaus, der gilt... Was ein Mausi! Ja, Maus, es ist ein komischer Name. Auf Englisch klingt es bestimmt besser. Der gilt als Stammvater der Sturmriesen. Und auf der anderen Seite so jemand wie Grolantor ist halt Stammvater der Hügelriesen. Ich mäste Mausi lieber. Diese Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, denn die Söhne von Annem sind selber auch Götter. Also Grolantor ist zum Beispiel der Gott der Hügelriesen und Stronmaus ist der Gott der Sturmriesen. Ich finde, Grolantor klingt so ein bisschen wie so ein Name für... Wie heißt nochmal das? Das Bergmagma-Volk aus The Legend of Zelda, die du so gerne magst? Die Gorgonen. Wie so ein Gorgone. Die Gorgone. Grolantor, der Gorgone. Das würde voll passen. Der Grolantor ist halt eher so ein verfressener Gott. Aber der kommt in der Hügelriesen-Folge da nochmal genau vor. Ich bin mir übrigens noch nicht ganz sicher, ob ich die einzelnen Riesen da ein bisschen zusammenfasse oder ob wirklich da jede Art eine eigene Folge bekommt, weil dann werden es sehr viele Folgen. Aber das schauen wir dann. Ebenfalls umfasst und ordnet die Ordnung Sturmriesen, Wolkenriesen, Feuerriesen, Frostriesen, Steinriesen, Hügelriesen. Insofern entsprechende Nachkommen von Annem zu. Nämlich Stronmaus, Memnor, Surtur, Trim, Skureus und Grolantor. Grolantor. Ist dir in meiner ganzen Nachkommensgeschichte irgendwas aufgefallen, Marie? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Das hat ein bisschen was mit Feminismus zu tun. Oh, er hat keine Töchter. Es wurden die ganzen Töchter nicht erwähnt. Und es ist nicht so, dass er keine hatte. Er hatte Töchter. Er hat sie. Ja, es gibt durchaus Töchter von Annem. Und auch Riesenhandtöchter. Okay, fick Annem, ganz ehrlich. Fuck Annem. Lass uns über Loxidons reden. Drei der bekannten Töchter sind Hiatea, Jalanis und Diancastra. Und man muss jetzt hier aber gleich sagen, es ist nicht so, dass die irgendwie unwichtig waren oder irrelevant. Sie waren nur annahmlich so wichtig. Nee, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also Diancastra ist, ich glaube, seine jüngste Tochter. Die gilt durchaus als sehr, sehr wichtige Riesengöttin. Aber kein Riese zählt diese Göttinnen zu seinen Vorfahren. Deswegen tauchen die nicht in dieser Vorfahrenliste auf und sind nicht so alltäglich. Aber das trägt halt auch dazu bei, dass die Töchter von Annem in allen Riesenvölkern populär sind. Also zum Beispiel wird der Grolandtor jetzt hauptsächlich von den Hügelriesen angebetet. Aber Diancastra wird von allen Riesen angebetet. Und ich habe mir das vor der Folge mal angeschaut, weil mich das auch interessiert hat. Ich habe mal gezählt. Der Annahme, der hat sehr, sehr viele Kinder. Also ich habe namentlich 15 zusammengebracht. Und vielleicht kenne ich noch mehr. Ich dachte gerade, du sagst es gerade, ich habe namentlich 15 Kinder. Der Groland hat mehr. Also 15 ist schon eine solide Zahl, sage ich mal. Die Wollnits sind doch bestimmt 15, oder? Die Wollnits sind irgendeine TV-Familie. Escalanta, Sarafina, Jeremy Pascal. Das könnten auch Riesengötternamen sein. Escaranta. Ich kriege die niemals zusammen. Die eine heißt Escalanta, glaube ich. Escalanta, das ist gar nicht so weit weg von Diancastra. Äh, Diancastra, Entschuldigung. Escalanta. Heißt die nicht Escalanta, Wollni? Ich kenne die Wollnits nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Die sind irgendwie von RTL oder so, oder? Wollni. Wie heißen die? Kalanta heißt die, Entschuldigung. Das sind, okay. Es sind Kalanta, Jeremy Pascal, Lavinia, Silvana, Estefania, Loredana und Sarafina. Als ob eine von denen Sarafina heißt. Ich finde, das ist ein schöner Name. Sarah Jane gibt es auch noch. Okay. Ich kann mit den Wollnitsen nichts anfangen. Und ich glaube, unsere Zuhörer auch nicht so. Entschuldigung. Ich weiß gerade auch nicht, wie ich überhaupt auf die gekommen bin. Ach ja, 15 Kinder. Zurück zur Riesenkultur. Riesen nennen sich selber Jotunbrut. Und sie haben eine eigene Sprache. Riesisch. Die wird in Runen geschrieben. Die ist auch als Jotun bekannt. Und die Runen, in denen Riesisch geschrieben wird, nennt man die Detek-Runen. Die werden zum Beispiel auch von Zwergen benutzt. Also auch von Goblins oder Elementals. Weil diese Runen kommen wahrscheinlich ursprünglich vom Urtümlichen. Also von Primordial. Und mit der eigenen Sprache, mit dieser eigenen Kultur, kommen eine ganze Menge an Konzepten, die für Außenstehende Nicht-Riesen einfach schwer zu verstehen sind. Und eine dieser Sachen, die ganz gern aufgeführt wird, ist, dass Riesen ein anderes Konzept von Gut und Böse haben, als Menschen oder die meisten anderen Humanoiden. Und Gut und Böse trifft es hier eigentlich gar nicht. Also Riesenteilen stattdessen auf in Ma'at und Ma'uk. Also Gut und Böse gibt es nicht, sondern es gibt Ma'at und Ma'uk. Und Ma'at ist das, was dir und deiner Familie Ehre einbringt. Was die Götter ehrt, was sich in der Ordnung aufsteigen lässt. Und Ma'at ist das Gegenteil davon. Und auf den ersten Blick läuft es natürlich schon parallel. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, dann gibt es da natürlich einen ganz, ganz massiven Unterschied. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Wolkenriese bist, die sich über ihren Reichtum definieren, dann ist automatisch Ma'at, also Gut, was dir Reichtum einbringt. Auch wenn das jetzt aus menschlicher Sicht vielleicht unethisch wäre. Und das ist jetzt auch ein Grund dafür, dass Wolkenriesen zum Beispiel öfter mal irgendwelche Plünderungen machen, weil ihnen das Reichtum einbringt, weil sie das höher in der Ordnung aufsteigen lässt und weil sie das als Ma'at ansehen. Okay, gut. Ich wollte noch was zu dieser Sprachensache sagen. Sachen, die ich bei Abenteurern immer witzig, also bei Spielern immer witzig finde, weil wir alle gleich funktionieren. Wir hören, wir spielen ein Abenteuer in einem Sturmkönigsdonner und ausnahmslos jeder bei uns spricht aus irgendeinem Grund Riesisch. Und ich denke mir dann immer so, wie wahrscheinlich es ist, dass so vier Leute zusammenkommen, die alle aus irgendeiner Ecke von der Welt kommen, die alle eine andere Geschichte in sich haben, dass sie sich von allen Sprachen, die es gibt, alle Riesisch ausgedacht haben. Das will ich lernen, weil ich so viel mit Riesen zu tun habe in meinem Leben. Ja, du musst es andersrum sehen. Es ist ein sehr, sehr interessanter Zufall. So interessant, dass man sich fragen kann, ist es vielleicht Schicksal? Seid ihr auserwählt, um euch mit diesem Problem auseinanderzusetzen? Vielleicht ist es eben kein Zufall. Ich finde das auch immer gut, dass man dann als Abenteurer immer erwähnen muss, was steht da? Ja, kannst du Riesisch? Und alle so, ich kann Riesisch. Ich spreche Infernal. Lass mich noch mal ganz kurz ein bisschen mehr sagen zu diesem Maat-Maog-Thema. Denn eine ganz, ganz interessante Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass Maog ja das ist, was dich in der Ordnung absteigen lässt, was deiner Familie Unehre einbringt. Und das heißt, eine der schlimmsten Sachen, die du als Riese machen kannst, ist was, was dich vom Rest der Kultur absteigen lässt. Zum Beispiel, ein Feuerriese, der nicht schmieden kann, ist automatisch ein Außenseiter oder jemand, der anderen Feuerriesen untersteht. Du bist als Feuerriese, wenn du dir einen Namen machen willst, wenn du in deiner Kultur was bedeuten willst, dazu gezwungen, Schmiedekunst zu erlernen. Und andersrum musst du als Frostriese stark sein. Du musst. Und wenn du jetzt als Frostriese stattdessen dich, sagen wir mal auf, akademische Künste spezialisierst und Magie lernst, dann kannst du zwar ein sehr, sehr einflussreicher Magier werden und ein Weiser, aber in der Hierarchie der Frostriesen bist du trotzdem weiter unten als jemand, der einfach jeden Tag 1111 Liegestütz macht. Und mit diesem Hintergedanken wird es, glaube ich, auch einfacher als Spieler, die Riesen wirklich zu verstehen, wenn man sich ganz oft fragt, was sind das eigentlich für komische Wesen, die komische Beweggründe haben, aber sehr viele dieser Beweggründe sind gar nicht so komisch, wenn man sie aus der Riesenperspektive sehen. Und das finde ich eigentlich ganz schön gemacht von den D&D-Autoren. Gut, mit diesen ganzen Riesenunterarten ist es natürlich so, es ist eigentlich gar nicht möglich, alle Riesenunterarten anzuschneiden. Die lassen sich jedenfalls unterteilen in True Giants, also wahre Riesen, Giant Kin, also Riesenverwandte und dann anderweitig irgendwie Verwandte Riesen. Also zu den True Giants gehören die, die wir jetzt schon aufgezählt haben, also Feuerriesen, Frostriesen, Bergriesen und so weiter. Bei den anderweitigen gibt es aber viele, viele mehr, wahrscheinlich noch deutlich mehr Unterarten, als es von den Hauptriesen gibt. Also da gehören zum Beispiel die Todesriesen dazu, die zum Teil Aschenriesen genannt werden, zum Teil eher als Nachkommen der Aschenriesen genannt werden, die wiederum Nachkommen der Wolkenriesen sind, je nachdem welchen Beginn. Von denen habe ich noch nie gehört. Die Todesriesen? Ja. Die sind ganz, ganz spannend. Die haben neue Lore bekommen in Big Bees. Früher hieß es, die haben einen Pakt gehabt, der sie für ewig an die Negativebene gebunden hat. Inzwischen ist die Theorie aber eher, dass es früher Wolkenriesen waren, die sich dann mit der Raven Queen eingelassen haben und jetzt sind sie ihre Diener. Und dadurch sind sie alle so ein bisschen verschrumpelt und alt. Manche von ihnen wirklich so skelettartig. Und es hat ihnen sehr, sehr mächtige Magie gegeben und sie sind mächtige Todesmagier. Aber sie sind halt im Endeffekt nichts anderes als Sklaven der Raven Queen, die auf ewigen Shadowfell hausen. Tut mir sehr leid um die Death Giants und irgendwie auch nicht, weil sie haben sich das ein bisschen selber eingebrockt. Ja, aber du siehst schon, also da gibt es noch diverse andere. Es gibt noch Sandriesen und was weiß ich, Zyklopen habe ich schon angeschnitten, aber halt auch diverse Halbriesenarten, weiß ich nicht, Verbex und Vierbeugs können da streng genommen auch dazu Inselriesen etc. Und unter diesen Riesenunterarten gibt es dann auch immer Ausreißer. Also jede Riesenunterart hat da ihre eigene Kultur, die unter Umständen dann besondere Riesen hervorbringt, die nochmal besondere Fertigkeiten haben, aber dazu dann auch mehr in den jeweiligen Riesenfolgen. Aber hast du... Ja, weil mir wird es gerade zu hoch. Zu hoch? Hast du allgemein zu Riesen noch eine Frage? Nein, tatsächlich nicht. Okay, cool. Du hast es sehr gut beantwortet für mich. Ich war jetzt einen totalen Überblick über Riesen. Ich habe heute versucht, dich nicht ganz so oft zu unterbrechen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht so still. Ich höre mich gern reden, aber ich will sagen, ich glaube, die Zuhörer hören dich auch gern reden. Ich glaube, wenn man sich nicht gern reden hört, dann sollte man auch keinen Podcast machen. Das klingt, als wären alle Podcaster super arrogant. Ja, so wie ich. Nee, aber ich finde es eigentlich schon interessant, dass mir Leute gerne zuhören, obwohl ich immer schnupfen habe. Meine Nase ist immer zu. Ich höre mich immer nasal an und trotzdem sagen Leute, sie hören gern unseren Podcast. Ich habe das Gefühl, es ist schon besser geworden. Das ist mal in den ersten Podcast-Folgen noch mehr aufgefallen, aber da waren wir irgendwie beide krank. Inzwischen bin ich weniger krank, habe ich das Gefühl. Naja, es geht so. Genau. Riesen bewerten. Riesen bewerten. Auf einer Skala von 1.000 bis 30.000 Jahren seit der Gründung von Ostoria, was gibst du den Riesen? Ich gebe den Riesen eine 28.000 und die 2.000 kriegen sie abgezogen, weil die Boys ein bisschen merkwürdiges Werte und Normverständnis haben. Das klingt ein bisschen xenophobisch. Findest du? Nur weil sie eine andere Kultur haben, sind sie doch deiner nicht unterlegen. Nein, das meine ich nicht. Nein, nein, nein. Mit Werten und Normen meine ich vor allem dieses Ding so von wegen, wenn ich diese Familie mit sechs Kindern ermorde und dafür aber ihren Goldschatz klaue, dann bin ich reicher geworden. Das trifft jetzt ja spezifisch auf die Wolkenriesen zu, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist durchaus ein valider Kritikpunkt, finde ich. Man muss auch dazu sagen, das habe ich ein bisschen unterschlagen. Die Sturmriesen fallen aus dieser Ordnungsgeschichte so ein bisschen raus. Die kümmern sich eigentlich nicht wirklich darum, welche Rolle jeder einzelne Sturmriese trägt, weil sie sind ja eh an der Spitze der Riesengemeinschaft. Von daher sind die Sturmriesen eigentlich das, was einer gleichgestellten Gesellschaft am nächsten kommt, weil da kann sich noch am ehesten jeder einzelne Sturmriese um die Sachen kümmern, die ihn persönlich wirklich interessieren. Gut, das macht sie jetzt ein bisschen sympathischer. Willst du was Lustiges hören, Aaron? Hau raus. Ich hatte mir ein neues Instrument bestellt. Es ist leider, also es ist mit der Post verschollen, dann habe ich es nochmal bestellt und dann wurde die Bestellung gecancelt und ich habe das Geld wieder zurückbekommen. Aber ich kaufe es mir, sobald ich das nächste Mal in der größeren Stadt bin. Und zwar habe ich Wer stiehlt mir die Show geguckt. Okay. Bin ein großer Fan von dieser Sendung. Matthias Schweighöfer hat in dieser Sendung die Nasenflöte populär gemacht. Und ich glaube, die Nasenflöte ist das einzige Instrument, das noch nerviger ist als die Kazoo. Und ich wollte dir das erzählen, weil du jetzt eigentlich froh sein kannst, dass sie nicht kam, weil sonst hätte ich heute Nasenflöte gespielt. Aber ich spiele das dessen wieder meinen Kazoo-Autosong. Ich kann dir nicht sagen, wie froh ich bin. Vor allem habe ich schon wieder eine dichte Nase. Ich weiß gar nicht, wie sich das angehört hätte. Was hast du denn heute vorbereitet für uns auf dem Kazoo? Willst du wieder raten? Hau raus. Was zur Hölle? Bist du sicher, dass das Musik ist? Das ist wirklich nicht erkannt. Ich habe es wirklich nicht erkannt. Es tut mir leid. Es war so schlecht. Okay, ja, es war A Thousand Miles. Dieses Making my way downtown, walking fast, and I'm homebound. I will walk a thousand miles in... Is it this? Nein. Gibt es einen anderen Song, der auch so heißt? Es gibt einen anderen Song, der heißt A Thousand Miles. Der ist von Vanessa Carlton. Den kenne ich nicht. Den kennst du bestimmt. Ich habe, glaube ich, extrem schlecht gespielt. Da gibt es dieses and I need you and I miss you. Ja. Dann kenne ich den. Mein Beileid. Dachte ich mir. Okay, jetzt kommt jetzt wieder dieser Moment, wo uns die Leute schreiben, ich bin so schockiert, dass Aaron den Song nicht erkannt hat. Marie hat sich so Mühe gegeben. Und Aaron hat es wieder schon... Ja, oder es kommt wieder so ein Marie, bitte hör auf, dieses Instrument zu spielen. Du kannst es nicht. Ich hasse es. Das kriege ich mindestens genauso oft. Leute, doch mal, ich spiele das nicht ernsthaft. Ich kann kaum Noten lesen. Merkt ihr das? Ich habe eher das Gefühl, dass sie es inzwischen einfach... Sie hat irgendwie resigniert. Und jetzt tut sie so, als sei das alles nur ironisch gewesen von Anfang an. Ich hatte das Gefühl, das war nicht so der Fall. Ich hatte das Gefühl, sie hat das durchaus sehr... Doch, es war von Anfang an ironisch gemeint. Okay, ist es so. Ich verstehe. Ja. Gut. Ich bin ein Riesen-Meme-Lord, weißt du? Wir hören uns jedenfalls nächsten Samstag wieder. Unsere Pause ist offiziell vorbei. Yes. Möchtest du noch einen Satz an unsere Zuhörer richten, Marie? Fahrt vorsichtig, wenn ihr Auto fahrt und tut es euch nicht weh beim Nägel in die Wand hämmern, weil es habe ich letzte Woche gemacht. Weisheiten der Marie. Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich war der Aron. Und ich bin die Marie. Tschaui. Tschüss. Tschaui. Tschaui.